Elvis lebt, zumindest in Tierschenreuth. Das moderne Theater Tierschenreuth hat einen Vorgeschmack auf seine neue Produktion Servus King Elvis in der Oberpfalz gegeben. Dazu lieferten die drei Hauptdarsteller des Stücks eine musikalische Kostprobe. Zudem wurde das Leben des King of Rock'n'Roll von dem Nürnberger Historiker Godehard Neumann und dem Autor Peter Heigel genauer beleuchtet. Die Premiere des Theaterstückes ist am 5. November im Tierschenreuth.